Hi, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie der Rule Builder unter Shopware 6 funktioniert und wozu der eigentlich da ist. Grundsätzlich lässt sich im Vorhinein sagen, dass der Rule Builder dafür gemacht wurde, bestimmte Regeln zu konstruieren. Das kann zum Beispiel sein, dass es sich um einen Neukunden handelt, welcher gerade an einem Dienstag beispielsweise auf den Shop zugreift. Mit diesen Regeln können wir dann individuelle Preise für unsere Versandkosten oder auch direkt für unsere Produkte schaffen. Ich zeige dir das Ganze jetzt einmal und hierfür kannst du am besten in der Administration einmal auf der linken Seite auf Einstellungen klicken und dort findest du dann auch schon in den Einstellungen den Punkt Rule Builder. Hier kannst du jetzt alle bereits vorhandenen Regeln einsehen. Im Standard von Shopware sind dort schon einige vorhanden und wir werden jetzt einfach einmal eine neue anlegen. Hierzu klicken wir oben über der Tabelle auf Regel erstellen. Hier haben wir jetzt erst einmal die Möglichkeit einen Namen für unsere Regel einzugeben. Ich nenne sie jetzt einfach mal Rule 1 und kann dann im nächsten Step noch eine Priorität angeben. Diese wird numerisch angegeben, das heißt mit einer Zahl und umso höher die Zahl ist, umso eher greift die besagte Regel. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Regel mit der Priorität 4 habe und eine Regel mit der Priorität 10, dann würde die Regel mit Priorität 10 als erstes greifen. Ich gebe jetzt hier einfach mal einen sehr hohen Wert ein. Das ist meistens nicht notwendig. Ich möchte jedoch, dass die Regel auf jeden Fall als erstes gleich greift, damit wir die im Frontend sehen können. Als nächstes können wir eine Beschreibung für unsere Regel hinzufügen. Diese Beschreibung siehst du hinterher nur in deiner Administration. Im Frontend wird diese nicht angezeigt. Die legt dich dir, damit du weißt, was diese Regel macht. Das heißt, hier können wir einfach irgendeinen x-beliebigen Text reinschreiben. Der ist später nur für dich wichtig. Als nächstes können wir dann auswählen, um was für einen Typ-Regel es sich halten soll. Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit entweder Versandart, Zahlungsart oder Preis auszuwählen. Je nachdem, was wir hier auswählen, können wir hinterher die Regel in diesem Modul nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise Preis auswählen, dann können wir hinterher über diese Regel bestimmte Preise anzeigen in bestimmten Produkten. Genau das werde ich jetzt auch einfach einmal tun. Wir wählen hier Preis aus. Wir können natürlich auch direkt bei dieser Regel noch weitere Sachen auswählen, wie Versand- und Zahlungsart. Und wenn wir das doch nicht möchten, können wir die wieder entfernen über das kleine x. Kommen wir nun zum wichtigsten einer Regel und das sind die dazugehörigen Bedingungen. Die entscheiden, ob eine Regel greift oder eben nicht. Um das Ganze einfach mal zu veranschaulichen, würde ich sagen, erstellen wir direkt einfach mal ein paar Bedingungen und Verknüpfungen. Und wir wählen jetzt hier einfach mal direkt die erste Bedingung aus, indem wir auf Bedingungen wählen klicken. Hier können wir jetzt beispielsweise sagen, ja wir wählen als erstes den sogenannten Neukunden. Da gibt es den Punkt Neuerkunde. Und hier sage ich dann jetzt einfach ja, also muss der Kunde im Store ein Neukunde sein. Ansonsten greift diese Regel nicht. Jetzt kann ich aber auch noch zusätzliche Bedingungen hinzufügen. Das heißt, ich kann sagen, er soll nicht nur Neukunde sein, sondern er soll auch in einem Zeitraum von 12 bis 21 Uhr bestellen. Alternativ kann ich nicht nur eine und oder eine Unterbedingung verwenden, sondern ich kann auch sagen, dass eine andere Bedingung zutreffen soll. Das heißt, die eine oder die andere. Dafür gibt es dann hier unten diese oder Funktion. Hier kann ich jetzt in einem weiteren Container und ein Container ist immer quasi einmal dieser graue Block. Das wird so sortiert, sodass man die auch hinterher einzeln entfernen kann auf der rechten Seite. Hier kann ich dann jetzt weitere Bedingungen auswählen, die dann auf der oder Seite stehen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, wenn er kein Neukunde ist und auch nicht in dem Zeitraum bestellt, dann soll er wenigstens in dem Verkaufskanal sein. Das heißt, bei mir wäre das der Demo-Store wäre mein normales Frontend und er soll auch die Währung, sagen wir mal Euro verwenden. Das heißt, jetzt muss der Kunde entweder ein neuer Kunde sein und in einem Zeitraum von 12 bis 21 Uhr bestellen oder er muss in dem Verkaufskanal Demo-Store sein und die Währung Euro verwenden. Das ist jetzt natürlich noch eine sehr einfache Regel und du kannst diese natürlich so komplex gestalten, wie du das benötigst. Anschließend hast du oben rechts die Möglichkeit, deine Regel zu speichern. Damit unsere nun neu angelegte Regel auch Anwendung findet, müssen wir diese in diesem Fall einem bestimmten Produkt zuordnen, da wir den Typ Preis ausgewählt haben. Zu den Zahlungs- und Versandarten lässt sich sagen, dass es sich dabei immer um eine Verfügbarkeitsregel handelt. Das heißt, sobald diese Regel eintritt, ist diese Versandart oder Zahlungsart verfügbar oder halt eben nicht. Bei den Preisen bzw. beim Typ Preis stellt sich das Ganze noch einmal ein bisschen anders dar und aus diesem Grund zeige ich das jetzt auch noch einmal explizit. Wir klicken hierzu erst einmal auf der linken Seite auf Kataloge und dann auf die Produkte. Hier können wir dann jetzt entweder ein oder mehrere Produkte auswählen, welcher wir diese Regel zuordnen wollen. Wir fangen natürlich erstmal nur mit einem Produkt an. Ich wähle jetzt in diesem Fall einfach mal den Hauptartikel hier unten aus meinen Demodaten. Hier klicke ich dann einfach auf die drei Punkte und anschließend auf Bearbeiten. Nun haben wir ja die ganz normale Produktansicht bzw. Bearbeitungsansicht und oben finden wir den Punkt Erweiterte Preise. Und wenn wir den einmal auswählen, dann haben wir nun hier die Möglichkeit über das Dropdown-Menü die neu angelegte Regel zuzuordnen. Die hieß jetzt in unserem Fall Rule 1, also wählen wir die auch aus. Wir können jetzt hier sehen, dass aktuell, wenn die Regel eintrifft, ein Preis von 495,95 netto veranlasst wird. Jetzt sagen wir natürlich, hey, wir möchten allerdings dadurch, dass die Regel eintrifft, dass der Preis etwas günstiger ist. Also gebe ich jetzt hier einfach mal 450 netto ein. Jetzt kann ich natürlich nicht nur sagen, dass das Produkt 1 bis unendlich mal gekauft werden muss für diese Regel, sondern ich könnte auch noch sagen, hey, ich möchte eine Staffelung haben. Das heißt, du gibst ein von 1 bis 10 beispielsweise, kostet das Produkt 450 Euro. Und ab 11 Mal, wenn das bestellt wird, könnte ich jetzt schon sagen, ja, nur noch 430 netto. Ich kann natürlich auch den Bruttopreis fliegen. Das ist hierbei erstmal egal. Und wenn wir das Ganze dann oben rechts abspeichern, lässt sich diese Regel im Frontend anwenden. Das heißt, wenn die Bedingungen aus unserer vorhin angelegten Regel zutreffen, dann treffen die Preise, welche wir hier jetzt gerade definiert haben, im Frontend ein und der Kunde bekommt auch genau diese angezeigt. Vielen Dank fürs Schauen von diesem Video.